so tache nasenbären und herzlich willkommen zu unserem chaos konvoi ja im teamspeak die leute begrüße ich jetzt an indem ich jetzt hier mit der flycam lang fliege und ich will auch noch mal meinen zuschauern wunderschön guten tag sagen und ich wünsche euch viel spaß beim zuschauen und ich werde auf dem eops der steht hier auch in der video beschreibung per link kennen und ja ich wünsche euch einfach mal viel spaß beim konvoi so ja und ich stelle nun die leute vor also hier vorne haben wir unseren leader das ist der german charlie scharf dann haben wir hier unseren kevin dann haben wir unseren office dann haben wir den las hallo hallo ich will nur ganz kurz sagen er kann ich dann wenn ihr fertig seid noch mal kurz sprechen ja kannst du bist jetzt auf der aufnahme zu hören dann haben wir hier vorne noch jordan g gamboe so leute und hier dieser kelvin der werde ich dann in der video beschreibung verlinken der nimmt nämlich auch auf ja das warten wir nur noch hoffentlich so dann haben wir hier noch einen cdge gamer und dann noch ein geht schon an hier steht und ich bin ich einfach mal so und ich grüße noch die lichtige künstliche kärz und die wäsche bürttel auch ich bin doch die ich bin ich bin noch jemanden der bunt Und jetzt wird er geblitzt. Wer wird doch nur noch geblitzt. Ja klar, jetzt komm ich nicht voran. Vorher haben es doch ein bisschen schnell gefahren. Und ich halt immer noch an. Nein, mein Rad, mein Hinterrad will nicht. Hinterrad ist zu hoch. Du hast dich an der Hütte aufgehangen. Kommt, Alter. Ey, komm. Er ist an der Hütte, neben mir. Ja, ja, bei mir gehts jetzt. Ich glaub, bei dir hängt es. Ja toll. Geh weg, haus. Komm, fahr. Ich kann halt nicht. Ich bin in der Lahn. Alter Wut, so er macht... So, ich mach mir bei Khalil erstmal einen Punkt. Dass ich jemand da habe. Hab ich das jetzt richtig verstanden, ihr fahrte bei Khalil? Mhm. Das könnte jetzt ein Problem werden. Wieso? Ich komm mit dem, grad die Landstraße euch entgegen. Oh. Dann fahren wir schon los, ja? Ja, das wird, äh, weil der Khalil ist total aggro. Oh, äh. Er hat versucht, hier wegzuspeichern. Hat er auch nicht hingekriegt. Ja, mal sehen. Also, okay, Herr Max sagt. Wo steht denn hier? Äh, komm nach Khalil. Jetzt sind grad losgefahren. Worte dich einfach nach Khalil, oder fahr nach Khalil zum Zug. In welche Richtung und los. Ach, wo Gegenverkehr. Ich bin grad in Saris. Okay. In Paris bist du? Ja. Ja. Ja, dann such dir einen Auftrag, und dann fahren wir... Oder könnten wir dich vielleicht schon nochmal aufgabeln. Muss einfach schnell nach Khalil fahren. Khalil zum Zug. Okay. Achtung, bei mir könntest du ein bisschen lecken. Ja, bei Lars ist er auch knapp. Ja, da muss ich aber grad bremsen. Weil ich sonst so schnell in die Kugel gegangen wäre. Wegen dem anderen Typen. Oh. Und wo machen wir eine Pause? Äh, ist das... Heißt denn das? Shurfields, oder so. Hellfield? Ja, da war Hellgrün. Upp, Waller. Ich transportier das Beste im Leben. Leberwurst. Lecker. Neunton, Altkunststoff. Äh, ich habe Altkunststoff. Neunton. Und da alle hinterher, hinten? Ich bin dir direkt aus dem Fersen. Hier sieht man so. Ich mein jetzt eh... Er hat grad mir die Stimme verschlagen. Ne, ich muss mich bloß ganz konzentrieren, weil ich an dem, ähm, Wladimir vorbei heizen musste. Lass mal 50 Meter oder so Sicherheitsabstand halten. Weil wenn wir so eng auffahren, das ist nicht gut. Äh, ich hab eben... Off ist halt noch ein bisschen Sicherheitsabstand. 50 Meter oder so. Ach so, noch zur Info. Wir sind auf cb.channel. Neun, ey. Neun. Eigentlich neun. Ihr habt jetzt Ruhe vor denen, der Kerl ist jetzt Counter-Strike spielen. Okay. Also wartest du Kali? Also. Alter, ey. Ich bin da. Warte, ich muss jetzt hier noch. Wo steht dir mein Leberwurst? Alter, halt halt an. Da vorne ist ein Sternstreifen. Die zwei Meter kannst du nie nach vorne oder was? Achtung, Maut. Achtung, arrasantes Auto von hinten. Und er auch von hinten. Ach, nicht weg. Ich hasse es, CW-Funk. Wieso? Musst du nur V-druck mit... Achtung, aggressiver LKW-Fahrer von hinten. Das meine ich jetzt gar nicht. Ich kann eh doch nicht sehen. Das war ja so ne scheiß anstrengende Arbeit, sag ich mal. Oh, jetzt... Uiuiui, war das knapp, ey. Also. So, doch. Ich bin genau hinter dir. Oh, nicht mehr. Ah, Channel 9. Juhu. Ähm... Eho, können wir da noch ne Screenshot zusammen machen? Ja. Für die Webseite. Eho, kann man da machen. Ich bin auf dem TS, nur zur Info. Ja, aber das Problem ist, wenn ich auf dem TS jedes Mal spreche, dann schaltet mein AQ ein Stück ein Gang runter. Achtung, Auto. Also. Äh, Lars saßen ganz groß. Das weißt du, oder? Äh, ich kann es erst in... Es wäre gut, wenn wir in Calais warten, weil dann statt ich das Spiel nochmal neu... Also bei mir lenke ich gerade überhaupt nicht, aber wenn sich die Leute darüber beschweren, dann wäre es gut, wenn wir dann nochmal kurz anhalten. Ähm... Ne, äh, ich hab gesagt, dass du ja eine große Entfernung hast von den Fahrermann aber jetzt... Achso. Jupp. Hm, komm... Töhm. Vorne, müsste hier mal ein bisschen langsamer fahren legen... Ich sieh's nicht. wo er auf ist. Fahr mal ein bisschen langsamer, fahr 50 Kilometer gucken. Na kann ich 50 Kilometer gucken. Der Ataz, na... like, äh, dicke,ured. Ja der ist mir ganz Damit... Ja, der ist mir ganz klar. их,ätt. ,da coherent. Ja, ich fahr 70. Ich fahr 80. Ich bin einig,iędzyar war nicht... Ja, dann muss... Das muss ich jetzt eigentlich dann langsam wieder erwischen, weil der Ethernet-Diti kommt jetzt fast gepusht und der hat wahrscheinlich Mercedes oder so. Ja, Bono, wir können es aus. Herr Charlie? Ja? Willst du ein Renault haben? Also in Kalei müssen wir mal kurz warten, der Charlie muss dann Renault sich kaufen. Ganz sicher nicht! Ja, Charlie... Charlie, die Erfahrung mit Renault hast du bei mir erst gemacht, ne? Ähm, eher bis letztens mit dem Renault gefahren. Wir haben uns aus Skiflachen wegen der hässlichen Hupe. Die ist echt hässlich, ja? Wink, wink! Soll ich mein Renault dann wieder auspacken? Ja, ich kann ja mal mein Renault auspacken. Dann lass ich dich stehen. Ja wirklich, der cheatet. Hat der auch für so ein Renault mit 750 oder 730 PS? Nee. Doch, ich schon. Na, was denn dann? Der hat mindestens ein Renault mit 1000 PS. Ey, warum... Das wollten sie bei mir alle, wo ich den mit ausgepackt hab, aber es war noch 730. Fährt jemand von uns ein Mercedes? Ja, ich. Jo, dann warst du hinter mir. Ja. Ich bin hinter Charlie. Ja, dann ist hinter mir ein verrückter Fahrer. Ich hab's doch gesagt, der Ethernet-Didi hat ein, äh... Der Ethernet-Didi hat ein Ding, Alter, ein Mercedes. Ich wusste jetzt, da komm ich mir nicht drauf zu buschen. Äh, was ist denn das mit ein Auto? Ja, das Auto, keine Ahnung, das fährt da irgendwie die ganze Zeit rum und will die ganze Zeit fahren. Ich bin, ich bin die ganze Zeit auf den neunten Gang und komm trotzdem noch hin nachher. Ja, wahrscheinlich, wenn du mal den Chatverlauf durchliest, siehst du, wie schnell wir fahren. Ja, ich weiß. 90. Ja, also 150 wird er auch gehen. Schneller geht er auch. Ah, ey. 50 mit Mercedes ist das ein bisschen komisch. Alter, du willst... Oh, nur 23, alles klar. Oh, leck. Also, ich würde nicht höher gehen als 90. Man weiß ja nicht, wie jeder leckt, oder so. Ich hab grad leicht Angst, der Kerl öffnet wieder Eurotrack-Simulator. Oh. BD-Dosig. Ach, nee. Lieber nicht. Der Ethernet-Didi hat verleckt, ey. Aber überhaupt, ich hab einen tollen Tank, also in Japan nicht. Muss jemand tanken? Nein, nein, nein. Lieb. Achtung, rechts Auto. Die Arsch. Die Arsch. Schneide mich halt, du Idiot. Ich hab ein Start-Lag. Ist das irgendwie Leck? Gib doch mal Gas. Ab-der-rm-du 37. Ah, Leck. Ich überhole den mit 90. Ach, der Maut. Mach dich kaputt. Meine Katzen machen jetzt bestimmt eine Copyright-Verletzungsanzeige, weil die mir zu hören sind auf dem Video wahrscheinlich. Alles klar, warum? Hm. Feuer ist auf den Rauch. Der ist mir gegen die Schranke gefahren. Also, das Mittagsschrank garten wir heute schon mal. Oh, ja. Damit ist der LKW müde. LKW schlafen auch. Ja, nein, legen. Was jemanden... Man klickt... Nimm vielleicht mal hier rüber. Jetzt hab ich aber schon mal ne Frage. Felix, hier hat doch eigentlich noch neu. Warte dir eigentlich jetzt kurz in Cali oder... Hm? Es macht auch nicht Spaß draus, dass er hier steht. Na Felix, der kann ja nicht. Der ist ja gebannt. Der wird erst dann am Mittwoch oder so entbannt. Alles nicht kann. Wer fährt hier mit dem G27? Äh, wartet mal bitte kurz. Oder G25. Wartet mal kurz, da kommt einer nicht durch, das Auto blockiert dann. Okay, wir warten mal kurz, wach. Ey, wir sind eh gleich da, also lassen wir noch bis dahin fahren. Oh, okay, dann komm ruhig. Also, ich hab keinen Bock mehr in Tambo Mat 200. Boah. Schau, ich reih mich wieder hinter dir ein, ne? Na, mach doch einfach. Mach doch. Was muss ich gesagt? Achtung, Staubbälle, äh, Staub... Baustelle. 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 Also bitte nicht rechts abbiegen, wo es auch eingeteilten ist. Ja, wo es... Gut, weh. Wie können wir da... Wie können wir da noch rüber rechts gehen? Alter, wir müssen jetzt links rum. Und der Kerl ist wieder auf dem Server, aber wo er ist, kann ich nicht sagen. Mh, okay. Äh, ne... Wir müssen mal dort gucken, wo er aufgehört hat. Wo es genau hingeht, weil ich hab jetzt nur hier einen Punkt. Und... Er reicht doch. Deswegen bin ich doch da. Nice. Eigentlich müsste dir gar nix markieren. Ja, dann markiere ich gar nichts. Oh, Gott. Oh, Ginny. Oh Gott. Meine, war doch mal bei der Baustelle, Calvin und ich. Oh, okay, wir sind schon... Okay, wir sind eh an der Affäre. er hat während so weit schon ich muss auch durchbrennen ich habe ich erst auf der fahrung er hat und und die viele und jahre als zweiter wo das geht es kurz ein problem er ist es wird alle wissen sie er in niederlande du idiot so warte jetzt wird es trotzdem rechtsverkehr habe ich er hat gemeint ist er fährt aber Ab dem 1.5.1.5 auf eurem Torf. So, wo kann man jetzt hier rein? Hier ist Auto, da ist LKW. Ich wäre schon längst bei, wenn ich mich nicht vorfahren hätte. Und jetzt hier müsst ihr extra beschleunigen, so dass ihr unten aufsetzt. Ja, wir kennen das schon, oder? Ihr solltet euch beeilen, da kommt gerade vom Kalidier zum Zug. Sind die? Aber warte dann auch auf der anderen Seite kurz. Ja, auf der anderen Seite sowieso. Boah, auf die andere Seite. Seid ihr mit meinem Zug mitgefahren und dem anderen? Nein, es gibt nur deinen Zug. Oh, ist der bescheuert, ey. So, ich war in der Lanz, also was. Ich bleib da oben am Höhen stehen, so dass ich mit... Oder lass, darf ich jetzt mal vor dir? Gebe Gas mit, nur so. Ja, wir warten jetzt auf der anderen Seite. Schon wieder am Ortstelle, leck mich doch. Fahrt beim nächsten Parkplatz raus. Einfach. Und dann wartet ihr bitte noch auf... Oh, oh, oh! Oh, shit. Oh Gott. Ja, ich hab, ich hab kein Problem, ich war mit dem ersten Gang hoch. Harnbremse. Ja, du hältst aber auch beschissen an, weißt du das? Ich? Ja. Das war mir schon mit Absicht gemacht, dass jemand lernt, mit Hand drauf, so ein Loch zu fahren. Weil, das schafft selbst der Volvo mit 750 PS da nicht hoch. Nein, ich schaff das Loch, aber ich, äh, manuell schalte. Ne, der schafft das, weil er wahrscheinlich sich heimlich in seinen LKW, einen heimlichen 3000 PS Motor hineinbaut hat und mit einem Düsenantrieb, äh... So, ich hab jetzt den Motor aus. Ey, wo seid ihr jetzt? Ich hab jetzt grad rübergeschöppert. Ich auch. Ich hab den Motor. Ey, fahrt bitte nicht weiter und du auch nicht. Bleib einfach da stehen, Nick. Ich mach das Spiel jetzt zu, start's nochmal neu und dann soll's eigentlich alles wieder leckfrei gehen für dich. Ich hol mir so nochmal was, dringend schnell. Gut. Ich hab bei mir ein bisschen die Skalierung runtergemacht, das leckt doch ganz schön. In der Aufnahme. Ich hab so einen scheiß großen Umweg genommen. Ja, wie sieht's jetzt aus mit dir, Flo? Ähm. Ich bin über 1 gefahren. Oh mein Gott. Bist du schon da? Noch nicht. Wie weit noch? Der kippt um, Alter. Oh, der ist umgekippt. Wie weit hast du noch? Nicht mehr weit, ich seh's schon auf der Karte. Das Zug? Ja, genau, das Zug, das Zug seh ich schon auf das Karte. Also, mit Mieter da, dringend jetzt mal was. Das Zug auf der Karte. So, also, Anton ist jetzt schon mal an der Werkstatt, wo man, die mit mir eindeutig zu hoch ist. Langsam. Leute, ich komm hier nicht voran. Ich schaff's nicht mehr, da hochzufahren. Ja, warum mit Handbremse? Ja, Handbremse hochfahren? Ja. Du musst einfach Gas geben und dann irgendwann, wenn der Öffnitschieberger... Du bist alles. Wer ist gekommen? Du bist ja jetzt Thomas. Let's Cookie. Ja, das ist er. Oh. Wo muss ich denn einem Gas geben? Wer sind wir? Der ist Thomas. Cookie heißt jetzt Thomas. Der ist Eifer, wir in mir rein. Den, den ist eigentlich eine Dame. Der hat, du hast keinen Hänger drauf. Wir haben Hänger drauf. Ist mir scheißegal, ob du rotest. Ne, 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 ich hab vorfahrt. Zeh ich da rein. Oh, jo, jo. Wie? Der hat seine Rennmaschine hier. So, ich komm locker voran. Den weg. Der Rennmaschine. Oder, Lars, ich würde dir raten, manuell umzuschalten. Dann kommst du dich. 3 war schneller. Frau Stemmerz, wie auch. Weil ich wieder normal. Nein, nicht 90. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's nicht mehr auf, wenn man so eingereitert hat, dann können wir losfahren. Weil von der Seekreuzung. Nee, weil dem KC verarschen, dass sie großen von Euro-Nurbelägt. Oh, hi. Ich hab's nicht mehr auf die Autobahn geprüft. Weißt du, was jetzt da ja? Gott, nicht? Äh, nein, noch nicht. Ihr Spaß, Lars. Offenbar reite ich jetzt gleich wieder hinter. Ich eine, aber... Ich muss gerade wieder vorfahren, weil... Ich hab's auch so gemacht. Ich hab's auch so gemacht. Ich bin jetzt voll gerade ausgefahren. was weiß ich. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Einer guten Minute... bei Kalee am Tunnel. Ja, okay. Und so ein nächster Packerhaus raus. Das war letzte... oder Blatt mit mir in England dann oder erhält sich ja die hier muss weg ich war auch alle ich kann nicht vorher doch nicht vorhanden das war nicht mehr vor mir hat er fährt jetzt irgendwie mit ich überholt jetzt der Frau mit der Koffer ein doch erlaubt und verbreitet durch die will nur von der Warte gemütlich waren Wechselgang voran zu kommen ist schwer. Ach komm, Vladimir. Eine Frage, fahrt ihr nach London dann? Hm? Fahrt ihr dann nach London Richtung Dover oder in die andere Richtung? Äh, an London vorbei. Gut, also fahrt ihr dann die Autobahn da bei Dover hoch? Glauben. Ja, die Autobahn, nee, wir sind ja, sind wir. Wir fahren gleich an Dover vorbei, aber halt links die Straße. Das müsste eine Landstraße sein. Ja, genau. Oh, ich bin hinter dir, oder? Ich weiß, du sollst mir folgen, ich bin zu dir. Weil ich muss dann wieder her und Anton ablenken, weil da die Seibie-Idee, denke ich mal. Ich werde euch dann noch... Abgraten-Standbilder sind drauf. Leck mich. ...den anderen Link zu dir die Screenshots reinstellen. Noch mein Leck. Bär ist hinter mir. Leck, pass auf, ich fahr die Kurve nur ganz langsam. Weil ich keinen Bock hab da anders, also hin zu crashen. So, dann komm mal mit, ne? Hm, okay. Leck. Leck. Du musst ausgehen, komm mal zu tun. Aufgefahren. Nö, ich bin gegen die Leitplanke gefahren. Leck, immer vorbei, vorne, keine Ahnung, was der Rechner das für Probleme hat. Ach, linksverkehr, ey. Leck. Dann kreuz'n gerade aus, Reisverkehr auch gerade aus. Da, dann mit einer C, aber neu. Ja, nee, wir fahr' ich springe zu euch. Ich muss ihn mal kurz anhalten, warte. Fahrt bei der Tankstelle einfach raus. Ja, wenn mal eine kommen würde. Ja, die kommt gleich. Nein, das weiß ich nicht. Richtig, wir reden, die geht gleich. Fandil schint Daufer oder Soffemden. Thomas kommt mit. Bicca. Oh, meine, wir drohst du auch so, das ist Offemden. Einer Ahnung. Ich glaub, wir sind von Fremden. Lohart. Die überlandschaft von Richtung Tore. Da kommt aber in Ankei-Tankstelle. Doch, da musst du jetzt links und dann verstanden. Aufsarte kommt eine ganze platte Tankstelle. Hm. Ne. Ola was jetzt jetzt wird eine schwierigste Aufgabe nicht leckern wobei von hattest du nicht mal da ein Umfeld gehabt wo du nicht reinkamst er muss ich hier rausfinden aus dem Ding wer hat dran gedacht das dann leckte Ali alle bei der Welt eine wichtige Frage schalte die rechtlichen Dauber oder so auf dem das wird jeder von dir wissen warte ich muss gucken das machte er alle anderen Beispiele anrund er wird dort dort genauer vor Ort er kommt aber lang keine Transparenz der sich immer wieder weg erhebt er ist er erhebt er hat er das ist mit dem Vater ausgottet ja es sei der Teil der Ausfahrt steht die vorliegen Kasträger Salle die Schmerz und die Schmerz einfach durchführen Liebe diesen Rechner Machst du zwei Parts? Äh, weiß ich noch nicht Achtung, pass auf, der schneidet euch, dieser Abfüll Pass auf, Office, der schneidet dich die ganze Zeit Ich schneide ihn gleich, ich glaub's hackt Jetzt kommt gleich einer Achtung, nicht, nicht, nicht Aua Reif left So fett, reported Ja komm, ich reporte den auch Oh man, was hat denn dein Computer auf der Probe? Hallo, ist was, nur mit deinem Volvo Ja, sorry, Leck Deswegen hab ich 46% auf dem LKB wegen so nem Schlappschweinz da 27 und auf dem Aufflieger 17 Ich habe 7% Und dagegen 22, ja, mein Enger Man, stopp, einmal drehen, das war ja ne Gehört dazu, Thomas gehört dazu Dann noch mitnehmen Soll ich jetzt hier raus oder nicht? Nein, nie, rausfahren, rausfahren Bist du nicht mal, wo ihr seid? Ja, mhm Und da kleinere Lachen war so, oder? Leck mich halt ich Nee, an Schreck, Alter, der kann mal komplett Mein, der quälte aber auch mit meiner Seite Ja, ja Gut, äh, Thomas hat mal den mitkommen Ja, Frau Schatten Oh, man, es sieht auch jetzt aus, oder? Nee, ich danke mal, ich danke mal, ich danke mal Thomas, du drehst bitte und fährst schon mal los Ihr habt's auch echt drauf, ey Nee, weil, das war jetzt gleich klar Genau Bin gleich da, ich bin gleich da, ich bin gleich da Ich bin gleich da Du malst umdrehen Einfach drin, oder F7 Ender zur Werkstatt, noch nie nach dem Lass mich abschleppen Hey, könnt ihr nicht weiter vorfahren, bitte? Dann einlegen wäre hilfreich Und zu günstern So, ich fahre Weil ich hier jetzt hier unten bin Aber mit Block erst mal Ich bin koppelig gleich bei der Teile, was macht ihr? Nee, ich denk' zu meiner Vorfahren Vollgas geben Nee, ich dachte ja nur, dass ihr vom Tag was aus seid Ich dachte, jetzt steh' scheiße Jetzt steh' scheiße Will er holen? Naja, egal, was dann Ich muss an den Tanke dann auch mal tanke Ich hab mich verfohrt an Richtung aus Einmal drehen 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 Immer vollständig Was hab ich gerade gesagt, ich hab mich verfohrt, was musst du selbst Gib Gas Komm aus zu pushen Komm aus zu pushen Erb hier kommt jeder vorbei Mann, diese Lags Mann, diese Lags Ich fahre mit dem dritten Gang Hä, was macht der da hinten? Höchster Trailer dort und fährst Richtung London Die große fette Streuze da Wo die Tanke ist Ich fahre mit dem vierten Donut Komm her hin Komm her hin Nach London sofort die Richtung dann Könnte ich ein Ex-Zeit zu uns? Auf jeden Fall hatte ich mich grad gerammt Ich hab's auch Video Meeting den Rest das Du Negro Weinen müssen Nee, ich hab' ich heiße Kurt Feier Kann das sei dass wir alles blockieren Bisschen Töckel fühlt ah ja 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 ich bin da und da ist da kommt und ich komme von hinten an eigentlich muss jeder an den Straßenrande war also ich bin perfekt wir haben eine Sondergenehmigung Hallo ah ja ok die will ich sehen extra beim Atmen beantragt wer macht ihr so ein Krach Alter drüben hier die Außenseitung ich bin endlich da Janik ist da nicht in der EO ja kann man kann man das hier lesen ja äh also hinterlos bin ich ich stehe jetzt nur hier drüben kann man den lesen mein Blatt weg CC-Record steht auf dem Platz CC-Record das kann man lesen es geht um mann hier ja wir warten auf Florian das wird ich glaube er wird machen 2 mal 2 er wird sogar sind fahrer ich war dann warte 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 ich würde sagen liebe Zuschauer wir sehen uns im nächsten Part Ciao hau wir nur für mein Marc hat der war hat er eine dv bett die 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 Ich würde dich leider fortsetzen, wenn ich dir drauf gefahren bin, und tschüss.